So Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu diesem Vlog und zwar haben wir heute den 1. April und ja, es ist kein April-Scherz und zwar, was ich jetzt erzähle, ist wirklich so, denn ich habe jetzt einen zweiten Kanal, das wird mein Gaming-Kanal nämlich, denn hier auf diesem Kanal, wo ihr gerade dieses Video seht, seht, entschuldigung, wird nur noch Vlogging, Lifestyle und halt so, ein paar besondere Sachen einfach immer wieder drauf kommen, denn ich finde, die Reichweite habe ich eigentlich nur durchs Vloggen erreicht und das möchte ich einfach ausbauen, ich möchte euch wieder Vlogs bringen, ich habe meine Cam wieder zurück, wie vielleicht einige von euch wissen, die mich auch auf Snapchat verfolgen, da dürft ihr mich auf jeden Fall auch verfolgen, hier seht ihr jetzt kurz meinen Namen eingeblendet und auch unten verlinkt, auf jeden Fall checkt den zweiten Kanal ab, wenn ihr Bock habt auf Gaming, erster Link in der Beschreibung und heute geht es mal zu Ikea, ich nehme euch mit, bis gleich So, hier nochmal kurz ein kleines Outfit of the Day und zwar hier eine Bomberjacke, so ein bisschen auf Army-Style, dann ein Basic-Shirt in Grau, ein bisschen enger, hier noch eine chillige Cargo-Hose in Grün und dann hier schwarze chillige Horechis, Nike Horechis, ja, ich glaube, das ist so richtig ausgesprochen und das ist das Outfit, was ich heute trage Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020